Pikachu! Pikachu! Pikachu was Pikachu! Ich komme extra nur für euch, direkt aus Japan her, damit ich da gegen die beiden Japaner, gegen die Spuckspasten da, meinen Titel verteidige. Und das werdet ihr ein bisschen mehr respektieren. Ich will keine Buchrufe der Höhe eines Folge. Get ready for pain, sag ich nur. Wenn ihr weiterputzt, erhöre ich nächstes, bei der nächsten schon den Eintritt um 10 Euro. Ich sag es euch nur. Ihr habt es so gewollt. Na gut, referierst du die Leute. Und es gibt keine Merchandise-Produkte mehr. Und das Bier ist auch gestrichen da. Und Kräfte messen will Master Umisawa. Wer ist Kräftiger? Oh, Martin Payne! Richtig! Ja, das ist ein bisschen auch. Wir haben hier den Eintritt. Jawoll! Ja! 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 Es ist österreichische Strecke! Wir begrüßen Herzen Strache! Er ist das Beste, was wir in Europa zu bieten haben! Mattenping! Schmerzen! Ist das eine Aufgabe? Nein! Aber Finzi, wer ist legal im Ring? Die Nackenübung! Mir tat er das weh! Ich fange gleich wieder zum Blüten auf an der Stirn! Au! Wie war er das K.O. Ja, Referee! Zähl ihm an! Nein, er steht schon wieder! Und wieder Nackenübung! Wieder Prunftgeschrei! Das ist Liebe! Zehn Minuten Kampfzeit! Ja, jetzt wissen wir, worum sie Champions sind! Oh, Mattenpenis gezeichnet! Aber nur am Körper! Tech! Tech! Jetzt zeigt Humongos seine Erfahrung! Und wieder ist er illegal! Referee! 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 Referee, du musst reinschalten! Oh! Slipperholt! Von Fugo! Michael Häupl ist ganz rot! Keine Aufgabe! Humongos! 1! 1! Ist das die Aufgabe vom Humongos! Aber Humongos ist ein stahlharter Kämpfer! Das zeigt er hier! Eine eindeutige Geste! Er möchte ein Bier! Stärke! Heute treff ihnen die! Wunderschöner Suplex! Wunderschöner Suplex! Davon werden noch Generationen sprechen! Ja, um es aber! Jawoll! Wir haben eine Kampfzeit von 13 Minuten! Folge 2! Uuuh! 五! Da wird Loslein! Beide sind ausgenutcht! Once! Ja, wenn beide nicht bei 10 in die Höhe kommen ist es ein… siglo! 18 Minuten Kampfzeit. Uh, roundhouse kick. Ja, der japanische Hintergrund. Sieger! Und damit neue Fängstig Zernlängs Weltmeister. Um uns auf Cain! Und damit neue Fängstig Zernlängs Weltmeister! Um uns auf Cain!